Wenn Sie besonders große Materialien präsentieren wollen, dann empfiehlt sich dieser A3-Aufsteller im Querformat. Wie Sie ihn ausstatten können, entnehmen Sie bitte dem Video mit dem Titel Ausstattung. Dort finden Sie dann auch die Informationen über die verschiedenen Verschlussmöglichkeiten. Die Ausstattung lassen sich natürlich auch auf sämtlich andere Formate anwenden, wie zum Beispiel dem DIN A4-Querformat oder auch dem DIN A5-Querformat. Von A3 bis A6 ist alles möglich.